Servus God of War Freunde, willkommen hier zum nächsten Video. Wir schauen uns heute etwas genauer das neue Kampfsystem an, was die Entwickler neu mit reingebracht haben und was von den alten Teilen übernommen wurde. Die größte Veränderung muss den meisten Leuten schon aufgefallen sein, denn wir kämpfen mit einer anderen Kameraperspektive. Wir sind nämlich im Third-Person-Modus unterwegs, relativ dicht am Kratos dran und kriegen natürlich so auch etwas intensiver die Kämpfe mit. Wer die früheren Teile gespielt hat, hier war die Kamera relativ weit weg. Man konnte diese Kamera auch nicht bewegen, sie war immer starr und mit dem rechten Stick konnte man dann eine Ausweichrolle in alle Richtungen machen und ja, das ist schon eine Riesenveränderung. Wir müssen hier aber auch sagen, dieses God of War ist ein Reboot der Serie und ich muss eigentlich sagen, die nähere Kamera und dass man sie drehen kann, gefällt mir eigentlich ganz gut. Hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile. Die Vorteile, wir sind näher am Kampf dran, wir sehen es einfach besser, wenn Kratos die Gegner auseinanderreißt, den Kopf kaputt macht oder sonstige Sachen, finde ich ultra geil. Der Nachteil ist natürlich, es wird nicht diese Gegner Horden geben, wie in den alten Teilen, dass man in der Mitte steht und ringsrum kommen im Feinde und ja, man kämpft dann gegen die, indem man seine Schwerter fliegen lässt. Jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen anders. Wir haben eine Axt in der Hand und wählen natürlich immer ein Ziel aus, eventuell mal ein zweites, wenn sie dicht nebeneinander stehen. Und so sind die Kämpfe natürlich so ein bisschen übersichtlicher, dafür intensiver und ja, finde ich eigentlich nicht schlecht. Dann ist bestimmt noch einigen Leuten aufgefallen, dass wir keinen Kombo-Zähler mehr haben. Bei God of War 3 war es ja auf der rechten Seite, hat es schön nach oben gezählt. Das gibt es jetzt hier nicht mehr, macht auch nicht wirklich Sinn mit dem, was wir jetzt hier in dem Gameplay sehen. Durch die Kameraperspektive können wir erstmal nicht mehr nach hinten schauen. Wir könnten schon, wir müssen uns halt dann drehen. Ja, bei den alten God of War-Teilen waren die natürlich sehr weit draußen. Wir hatten eine Waffe, wo wir ihren Kreis ringsrum drehen konnten und die Axt hat natürlich jetzt nur einen Radius vor uns. Ich würde nur sagen, wir kämpfen so um die 180 Grad vor uns mit dieser Axt und es geht halt nicht mehr nach hinten. Ich bin mal gespannt, ob wir noch eine andere Waffe bekommen. Ich bin mir da aber nicht allzu sicher. Da werde ich später nochmal ein paar Sachen erklären. Dann wird es im neuen God of War fast keine Quick-Time-Events mehr geben. Wer die alten Teile gespielt hat, da wurde herangesoomt im richtigen Moment, weil sonst die Kamera relativ weit weg war. Und so hatte man einfach einen näheren Blick, wenn zum Beispiel vom Gegner der Kopf abgerissen wurde. Beim neuen Teil braucht man es nicht wirklich, weil die Kamera eh schon nicht da dran ist. Die Zeit wird nur so ein bisschen geslowt, wenn der Finisher ready ist. Man muss dann den rechten Stick reindrücken. Und ja, dann sieht man ebenfalls richtig gut, wenn man zum Beispiel den Kopf zertritt oder die Brust auseinanderreißt. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Balken von Spartas Rage. Der ist natürlich auch wieder am Start. Der fühlt sich, wenn wir Gegner ausschalten. Und ja, wir können ihn aktivieren, wenn wir beide Sticks gleichzeitig reindrücken. Und so macht der Gradus eben ordentlich Schaden. Dann gibt es noch was Neues. Und das ist natürlich der Sohn. Der ist im neuen God of War-Teil immer an unserer Seite. Auch natürlich in den Kämpfen. Er greift dann selbstständig die Gegner zum Beispiel dem Pfeil und Bogen an oder hüpft auf den Rücken drauf und kann so die Gegner natürlich auch ein bisschen ablenken. So können wir sie besser treffen. Den Sohn kann man auch steuern mit einer Taste. Und dann greift er eben das Ziel an, das wir ausgewählt haben. Schauen wir uns das Kampfsystem jetzt von den einzelnen Waffen etwas genauer an. Klar, wir haben die Axt. Da werde ich gleich dazu noch mehr erzählen. Aber auch das Schild, das befindet sich immer an dem linken Arm vom Gradus, ist normalerweise zusammengefaltet, kann auf Knopfdruck entfaltet werden, dass man blocken kann. Aber man kann damit auch ordentlich Schaden auszeilen. Das seht ihr hier auch im Video. In den alten God of War-Teilen war es so, dass man seine Waffen auch verbessern konnte. Man konnte dann Orbs spenden. Und so ist die Waffe dann auf die nächste Stufe hochgehoben worden. Und man hat so auch verschiedene neue Kombos freigeschalten. Das ist im neuen Spiel auch so, nur ein bisschen anders. Und zwar wie folgt. Bei der Axt zum Beispiel kann man zwei Sachen verbessern. Einmal die Klinge, aber auch den Griff. Und bei der Klinge, wenn man die verbessert, dann schalten sich Skills frei. Es gibt insgesamt vier Skillbäume. Wir haben den Axt-Skillbaum, Bogen, Faustkampf und Schild. Und ja, desto höher man natürlich diese Waffe verbessert. Das geht, glaube ich, bis auf Stufe 5. Dann schalten sich natürlich mehr Skills frei. Um diese Skills aber auch ausrüsten zu können, muss man sie dann nochmal separat freischalten oder aktivieren, würde ich jetzt eher sagen, mit EP. EP bekommt man auf unterschiedlichste Weise. Zum Beispiel Sachen aufsammeln, aber auch Gegner töten. Und wenn ihr sie dann nochmal aktiviert habt mit diesen EP, dann könnt ihr sie auch unten links in die Leiste mit einfügen. Und dann habt ihr natürlich noch stärkere Angriffe zur Verfügung. Wie gerade eben schon erwähnt, ihr könnt auch den Griff verbessern. Dann können dort Runen eingesetzt werden. Und die Runen ja geben euch einen bestimmten Move, wie zum Beispiel eine Frostwave, wo dann die Gegner eingefroren werden. So kann man sie natürlich leichter ausschalten. Es soll sehr viele verschiedene Runen geben, laut Entwickler. Und da soll für jeden was dabei sein. Schauen wir uns noch ganz kurz die Tastenbelegung an. Da sind mir manche Sachen schon bekannt. Auf der R1-Taste sind es die leichten Angriffe. Auf der RT-Taste haben wir jetzt die stärkeren Angriffe. Früher konnte man ja auf der R1-Taste Sachen öffnen. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Dann L1-Taste, wir können da das Schild rausholen und blocken. Dann können wir die L2-Taste drücken. Und dann kann man mit der Axt so durch die Gegend zoomen, würde ich jetzt sagen. Oder hin und her schauen. Und mit der R2-Taste wirft man dann die Axt weg. Und mit Y holt man sie zurück. Und zum Beispiel der Viereckknopf, der ist dafür da, den Sohn zu stören. Ich glaube, auf der Kreistaste weicht man aus. Den rechten Stick reindrücken ist dann im richtigen Moment die Finisher-Szene. Dann kann man sogar teilweise, wenn man den Stick gedrückt hat, nochmal die R1- oder R2-Taste drücken, um halt dem Gegner noch richtig fette Schläge ins Gesicht mitzugeben. Und dann kann man natürlich auch beide Sticks gleichzeitig reindrücken. Und so hat man Spartas Rage. Kommen wir noch zu der Frage, wird es andere Waffen im God of War teil geben? Ich bin mir da aktuell nicht wirklich sicher. Sollte es eigentlich, denn in den alten God of War-Teilen hatten wir auch immer mehrere Waffen. Was ich hier aber sagen muss, es gibt ja einen Skillbaum für die Axt. Ja, es müsste dann eventuell im Spiel noch wahrscheinlich ein zweiter Skillbaum freigeschalten werden, wo wir dann eben eine andere Waffe skillen können. Bleibt mal abzuwarten, ich bin echt gespannt. In zwei bis drei Wochen wissen wir da auf jeden Fall mehr. Das war es jetzt hier soweit. Ich würde mich über ein Like freuen, dann weiß ich, es hat euch gefallen. Wer mehr sehen will, schaut einfach auf meinen Kanal vorbei. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg, ciao, haut rein.